liebe freunde der fahrzeugpflege willkommen heute geht es noch mal ums thema fahrzeugpflege ist vielleicht für den interessant der sein auto bald zurückgeben tut weiß geleast war deren auto ganz neu hat er sagt okay ich habe mir vielleicht gerade mein erstes neues auto geholt und möchte das mal ein bisschen pflegen und nicht so wie die anderen wurden da immer an der straße vergammeln lassen oder jemand der sagt auch ich habe jetzt mehr zeit bin jetzt in der alter wo man das auch mal machen kann und da gibt es ja verschiedene hintergründe und ich möchte euch eben einen davon näher bringen und macht dazu eine kleine video reihe und erst mal geht es um die produkte ich will das so kurz wie möglich halten und zwar muss man ja immer dazu sagen wenn man die ganzen videos anschauen die ganzen tutorials und sich die professionelleren anschaut wo man sagt auch da kann ich am meisten von rausnehmen die haben natürlich motzequipment die haben jedes material was man braucht einmal pinsel börsten schwämme verschiedenste tücher verschiedenste reiniger und das ist natürlich auf dem ersten moment ein bisschen erschreckend sagt man ja gott was die alles haben das will ich mir niemals holen so und wir machen das jetzt so ich habe mir ein paar produkte rausgesucht bei wasch guru warum wasch guru weil bei wasch guru kriegt jeder von euch zehn prozent rabatt wenn ihr den code formentor 10 verwendet ich blende es mal ein ohne leerteile ein ein wort formentor 10 ob groß oder klein spielt glaube ich keine rolle und kriegt zehn prozent rabatt und wie gesagt wir gehen mal produkte durch wo ich kenne wo ich weiß sie sind super die funktionieren und ich werde dazu dann noch so ein bisschen daraus meine highlight sagen alle wo ich sage das ist ein besonders gutes produkt und warum ich das nach hersteller macht ist hat den folgenden grund sofern es geht sofern es sinn macht sollte man also wenn jetzt jemand zum beispiel sagt er will sich ein komplett pflegeset anschaffen mehr der macht das schon sinn immer bei einem hersteller mehr oder weniger bleibt weil gewisse produkte aufeinander abgestimmt sind natürlich gibt es immer von einem hersteller irgendein produkt was besonders gut heraussticht oder eben auch mal schlechter ist wo dann die konkurrenz besser ist das wegen sprechen wir da heute mal kurz drüber wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen aber ich mache so schnell wie möglich ihr findet auch unter dem video in der video beschreibung einen link zu der liste das sind die artikel aufgeführt und mit artikelnummer und da könnt ihr eingeben hin und wieder sind produkte gerade vergriffen die werden aber wirklich in kürzester zeit nachbestellt und dann sind die wieder verfügbar es ist natürlich auch eine preisfrage ja wenn du natürlich da nach dem günstigsten guckst und da irgendwelche baumarktprodukte nimmst kannst du das machen aber das muss jeder sauer wissen also die produkte die ich hier euch empfehle diesen top die habe ich alle selber schon verwendet und ja ich habe so viele produkte im schrank und ich möchte mich gleich mal vor entschuldigen wenn das video kurz irgendwie komisch geschnitten wird ich habe euch schnupfen und war erst krank und kann sein dass ich hin und wieder mal niesen oder husten muss also wir schauen uns das jetzt nach hersteller an und dann sage ich immer ein bisschen was dazu was wirklich ein sehr sehr guter reiniger ist wo ich wirklich sehr sehr gerne verwende ist der das von sonax das felgenbiest ein liter flasche kostet aktuell 14 39 also sind immer die regulären preise und ergiebig lässt sich gut auftragen reinigt super top ist für mich mit einer der besten felgenreiniger in dem preis leistungsverhältnis es gibt immer bessere aber die kosten dann auch doppelt so viel ist die frage ob man das sich auf die felge sprühen will so also so dass felgenbiest kann ich empfehlen dann geht es weiter da haben viele gefragt im winter den pflegestift für die türdichtungen nehme ich immer diesen auch von sonax da nehme ich auch gar keinen anderen es gibt wahrscheinlich von so vielen aber ich nehme den der ist auch so ergeblich und lässt sich mit hirsch talg und lässt sich gut auftragen und auch hat keine schmieren kleine flecken nix also immer seine gummies mal in den türen pflegen will oder eben gerade im winter dass sie nicht zufrieden die türen wenn es auch weit draußen steht kann ich wirklich nur empfehlen ja so dann haben wir hier das shampoo das ist ein rich form shampoo also das heißt das macht wirklich sehr guten schaum du kannst das mit einem pump sprühe auftragen du kannst das mit der schaum lanze auftragen schaum lanze ist beschließt am hochdruckreiniger ankommen super schaum raus der held bombe riecht gut und du kannst es auch als ganz normales shampoo nehmen und vor allem du kannst es auch nehmen wenn du eine versiegelung schon drauf hast die greift deine versiegelung nicht an und ist auch wieder ein liter flasche und da kommt immer eine verschlusskappe auf zehn liter reichst du auch ewig damit und das ist wirklich ein sehr gutes shampoo ist aber nicht mein mein favorit da kommen wir später dazu aber wirklich wenn jemand sagt ein standard shampoo was wirklich gut schäumt kann ich wirklich top empfehlen dann den auto innenreiniger dazu muss sagen innenreiniger steht alles in der beschreibung ist auch ein hygienischer reiniger ist für polster armaturen alles geeignet es ist aber halt ein reiniger ist kein pflegeprodukt damit kannst du halt mal deine türtafeln reinigen dein armaturenbrett reinigen du kannst auch mal das polster reinigen oder eben auch die kunstledersitze damit reinigen und danach eben ein pflegeprodukt auftragen aber wenn es manchmal wirklich richtig dreckig ist oder du wirklich wenig zeit hast dann empfehle ich dir immer so einen auto innenreiniger hat auch eine hygienische formel dabei und wie gesagt 12 86 für einen halben liter ist er echt gut investiert so pflegemilch ob das jetzt kunstleder ist oder echtes leder spielt in der hinsicht keine keine rolle weil auch kunstleder möchte gepflegt sein und wenn du das leder vorher gereinigt hast zum beispiel mit den auto innenreiniger dann empfiehlt sich eben die leder pflegemilch auftragen mikrofasertuch möchte ich gleich dazu sagen es kommt ein zweiter teil wo ich dann über die produkte eingehe wie man die anwendet ja verschiedene produkte habe ich da und das zeige ich euch dann also der leder die leder pflegemilch kann ich auch empfehlen dies wirklich sehr gut ist aber auch nicht mein geheimtipp aber wie gesagt schaut euch einfach an so dann gibt es ja welche die sagen ja insekten entferner ich sage ja immer ein gut gepflegtes auto braucht keinen insekten entferner weil dann reinigt sich das wirklich easy es gibt dann noch einen geheimtipp von meinem lieben kumpel den chris das zeige ich euch im zweiten teil aber wer sagt ich brauche den sekten entferner der von sonax der ist solide der bleibt gut haften löst wirklich gut den schmutz 10 1 60 ist mittleres preissegment kann ich empfehlen funktioniert so dann geht es schon weiter versiegelung jetzt kommen wir schon in den bereich den radarsensor ja ich habe mal gesagt wenn ihr den radarsensor unter eurem unter eurem nummernschild versiegelt dann war da schön das wasser ab auch in feinen kleinen tropfen und dadurch hat eine bessere sicht gerade bei schnee regen dann steigt er nicht so früh oder teilweise gar nicht erst aus weil da kommt ja manchmal die meldung travel assist nicht verfügbar und es hat damit zu tun dass einfach der das radarsensor und keine freie sicht mehr hat ist ja klar wenn natürlich da große tropfen drauf rein und die dann natürlich da hängen bleiben weil das nicht ablaufen kann dann passiert so was und zum beispiel jetzt dieses polymer netzschild ist halt eine polymer versiegelung diese absolut chemische versiegelung lässt sich gut auftragen man muss gut ausarbeiten also ist jetzt nicht so aufsprühen und einmal drüberwischen die sache ist weg du musst schon ein zweimal ausarbeiten aber mit einem guten mikrofasertuch ist das überhaupt kein problem hält sehr lange ja ich sag mal so effektiv kannst du mit so einer flasche würde ich behaupten drei bis viermal vor dem tor machen also so eine flasche hält dir locker den ganzen sommer über kommt natürlich darauf an wie oft du das auto wäschst und ob das auto draußen steht oder in der garage steht das macht schon unterschied aber so alle zwei monate kannst du das dann auftragen und glänzt super super beading sheeding effekt also das wasser läuft sehr gut ab und kann ich wirklich empfehlen also wirklich das ist schon wiederum geheim tipp von mir was auch gut ist was auch sehr lange hält ist der brillant entscheidend die täler von sonax das ist so ein bisschen sonax seine geheimwaffe allzweckwaffe das einfach ein detailer du wäschst dein auto trocknest es ab du kannst es aber auch auf dem feuchten lack auftragen das ist eine art trockenhilfe empfehle ich aber persönlich nicht wenn du eine lange standzeit willst jetzt kommt noch der clou dazu du kannst sie gar noch verdünnen also teilweise verdünnen das leute mit 10 20 prozent destillierten wasser das habe ich auch immer gemacht ich habe aber nur 10 prozent destilliertes wasser das ist eine 750 milliliter flasche ich habe das dann teilweise mal versucht auf einen liter aufzufüllen das ist dann ein bisschen zu viel des guten meiner meinung nach aber wenn du da noch mal so knapp 100 milliliter hinzufügst ist es ein gutes ergebnis und dann lässt er sich auch etwas besser verarbeiten also auf sprühen und dann auch ein zweimal drüber wischen und dann hast du wirklich ein sehr gutes ergebnis und auch wieder gutes abpair verhalten und muss ich aber dazu sagen an den extremen stellen jetzt wie radläufe vorne der sensor also wo da wirklich viel wasser gischt und so hinspritzt da hält er nicht ganz so lange da ist das polymer net shield etwas besser und deswegen empfehle ich jetzt den brillanten schein detailer nicht unbedingt für den sensor kannst du auch machen aber dann mussten eigentlich theoretisch nach fast jeder wäsche einsprühen meine erfahrung vielleicht habt ihr da andere gemacht es gibt zu dem auto innenreiniger auch einen cockpit reiniger matteffekt ich würde immer macht effekt weil sonst sieht es komisch drin aus wenn das auto glänzt wie hole und das ist eben der cockpit reiniger wir hatten ja vorhin den auto innenraum reiniger der ist halt wirklich tatsächlich nur für zum beispiel lenkrad sitze armaturenbrett der andere ist ein bisschen multifunktionaler ich würde eher den anderen empfehlen weil du eben damit mehr machen kannst ja und ist auch matteffekt also von daher kein problem so das wären jetzt mal wo ich sage standardprodukte von sonax die man bedenkenlos kaufen kann da hast du eigentlich alles du hast was für einen innenraum du hast was für außen du hast eine pflege detailer eine versiegelung ein shampoo und felgenreiniger und alles für schmales geld ja lappen also tücher eimer und so kommt alles später beim glasreiniger halte ich es immer so es gibt eigentlich für mich nur zwei gute glasreiniger der eine ist von koch chemie und der andere ist von frosch der spiritus glasreiniger also ich persönlich würde immer zum spiritus glasreiniger greifen weil der wirklich einfach super ist aber bitte nicht für displays nehmen und da kostet die flasche manchmal 1 980 im kaufland oder so oder manchen gibt es ja auch netto oder penny oder was da geil was aber für scheibenreinigen 1 89 frosch spiritus glasreiniger bombe das werden die sonax produkte jetzt geht es mal weiter mit soft 99 das ist japanischer hersteller glaube ich japan kina japan glaube ich und da kommen wir jetzt dann schon in bereiche wo es tatsächlich um versiegelung geht lack konservieren schützen produkte sind etwas hochpreisiger wir schauen uns das jetzt man so soft 99 frosch code 12 monate also ich sage euch aus erfahrung zwölf monate hat es noch nie gehalten bei niemanden wenn der untergrund gut gemacht ist kommen wir später dazu wenn die umgebung passt die pflege passt die wäsche passt dann schaffst du gute neun monate meine erfahrung zwölf monate schaffst du in deutschland nicht schaffst du vielleicht in ländern wo nicht gesalzen wird wo wenig regen ist aber in deutschland schaffst du das nicht aus meiner erfahrung da bitte aufpassen es gibt da ein helles und dunkles es sagen nicht nur ich sondern auch andere es ist eigentlich fort piep egal ob du ein helles und dunkles nimmst du dein auto also ich würde zum beispiel bei einem wirklichen weißen auto würde ich das helle nehmen aber ob du jetzt ein silbernes hast ein grünes hast ein blaues hast ein rotes hast das ist egal ob du das helle oder das dunkle nimmst ich habe immer das dunkle da ich hätte noch nie weißes auto damit gemacht bin immer damit gut gefahren kostet 34 95 aber das ding hält dir ewig das trägst du einmal im jahr auf ja und das trägst du in zehn jahren immer noch auf da musst du ja aufpassen dass das nicht ausgast das ist die blanke chemie stinkt aber auch so aber das hält bombe verarbeitung bisschen speziell gehe ich dann im video darauf ein wie das ausgearbeitet wird ist überhaupt kein problem schafft jeder nur sollte sich ein zwei tipps zu erz nehmen also dass das auf den sensor und du hast ein ganzes jahr keine probleme meine erfahrung wie gesagt gibt es ein hell und dunkel dann die scheibenversiegelung da gibt es verschiedene auch von soft 99 bis der das ultra klacko da gibt es verschiedene da gibt es in roll und ich habe alle getestet und das ist für mich der beste reicht ewig da kannst du locker zehn mal deine windschutzscheibe mitmachen locker und ich spare bei dem zeug immer nicht schreibe gut reinigen schreibe in fetten wie gesagt kommt alles im video dazu zeige ich euch mal und dann wird das aufgetragen und dann lässt man das 10 ich lasse immer eher 20 minuten ablüften dann wird das mit feuchten schwamm mit nur mit destillierten wasser wieder abgetragen trocken gemacht hebt so ab 50 60 kmh peilen die tropfen ab und du hast eigentlich also ich bin schon bei 160 auf der autobahn gefahren es hat wirklich geregnet wie hollig brauchte kein scheibenwischer die tropfen die die gehen das so fein über die scheibe du siehst sie fast nicht ja und hält wirklich im winter hält es nicht so lange aber im winter hält eigentlich nichts bundes lange das liegt am salzen aber im sommer ich würde sagen wenn du das zweimal im sommer aufträgst hast du keine probleme also überhaupt gar keine probleme eine sehr gute versiegelung wenn man jetzt sagt das eine hat der zwölf oder sagen wir mal neun monate gehalten das beating sheeting ist da sehr gut aber wenn du was so richtig auch den lack noch mal so ein bisschen so einen tiefen glanz raus holen willst und wirklich dass da gar keinen tropfen erhält also wirklich pervers krank ich zeig das mal auf dem video dann gibt es das super splash von soft 99 waterblock das ist wirklich ein waterblock also ich zeige es euch im video mal lässt sich leichter auftragen erfahrungsgemäß trägst du es auch zweimal im sommer auf hast du keine probleme damit ein richtig geiler tiefen glanz hat so entschuldigung hat so ein wet effekt so richtig nass also das ist echter wahnsinn und 25 29 ist natürlich fast zehn euro günstiger wie das fußokot aber nun muss es auch zweimal im sommer auftragen meine erfahrung es kommt immer auf die pflege auf die basis drauf an gibt es auch wieder ein dunkles und helles da bitte aufpassen wie gesagt in der liste seht ihr die artikelnummern so jetzt ist das so jetzt wäschte das auto und da empfiehlt sich immer bei einem produkt zum beispiel vorhin hat man bei sonax hat man den aktiv foam shampoo und auch dass die versiegelung gehabt und die sachen harmonieren immer sehr gut ich würde zum beispiel nicht dass sonax shampoo nehmen und das soft 99 als wachs drauf haben deswegen hat soft 99 ihr eigenes wachs und eben auch ihre eigene shampoo und dadurch unterstützt du eben auch die haltbarkeit den die standzeit von so ein wachs her und die haben eben ihr eigenes shampoo reicht auch ewig eine verschlusskappe auf zehn liter ja und 16 euro ist hochpreisig aber das zeug ist wirklich jeden cent wert so und nach der wäsche musst du kannst du ich sag immer nicht nach jeder wäsche aber so nach jeder zweiten dritten wäsche empfiehlt sich da auch wieder ein detailer aufzutragen um einfach die standzeit zu erhöhen du kannst es natürlich auch nur normal waschen und dann hält das auch lange aber so kannst du es tatsächlich ausreizen das ist der detailer dazu reicht ewig ist von der konsistenz wie wasser lässt sich sehr gut auf und abtragen und zeige ich euch auch im video und reichst du auch ewig damit weil du brauchst wirklich sehr wenig du unterstützt eben die standzeit damit dann gibt es was ganz cooles für die etwas fauleren vielleicht unter euch die sagen damit seinen scheiße ich habe keine zeit noch das auto zu polieren das ist ganz cool du wäschst dein auto einmal gründlich von hand spült sind ab mit klaren wasser und dann gibt es ja die raindrop bazooka das ist wirklich wie eine bazooka du tust das auto damit quasi ein sprühen und dann siehst du gleich wie das wasser abperlt und dann tust du das noch abtragen mit dem tuch und dann hast du da auch eine sehr lange standzeit ich sag mal so es hält mindestens ein monat zwei monate kommt drauf an wie oft du dein auto wäscht aber das ist halt eine ganz schnelle geschichte du wäschst dein auto einmal gründlich sprühst das ein trägst das ab fertig da bist du da brauchst du nicht mal eine halbe stunde dafür du hast wirklich ein gutes abherle verhalten ja aber du musst es dann halt öfters machen naja so das wären jetzt wir die produkte also ich habe jetzt keine produkte von dr von soft 99 für den innenraum die haben gewisse produkte aber nichts was ich empfehlen würde diese wirklich die meister im außenbereich und das ist wirklich so die haben richtig gute produkte also alles was du da gibt es ja noch verschiedene andere kiwani und wie sie alle heißen kannst du alles nehmen aber das neben meine empfehlungen so jetzt auch wieder so ein multi talent dr wach deutscher hersteller haben sehr gute produkte da kommen wir zum beispiel auch mal die lederpflege und reiniger das war mein geheimtipp weil es ist so du kannst nicht immer nur pflegen du kannst jetzt beispiel nicht immer nur die täler auf dein auto schmieren du musst das auch mal pflegen muss das auch mal richtig reinigen und so ist auch beim lenkrad wenn du da immer nur pfleger drauf haust dann wird das irgendwann speckig und du musst es halt auch wieder mal richtig reinigen dass der ganze schmutz der talg von den händen handcremes dass das alles mal wieder rauskommt ja und dann pflegst du das schön du gehst ja auch du schmierst dich ja auch nicht den ganzen tag nur mit nivea ein du gehst ja auch mal duschen idealerweise und so ist es da auch und eben dr wach jetzt fangen wir mal an auch ein geheimtipp von mir weil das kann sich jeder selber ausrechnen also ich habe immer ich kaufe immer um thomas phillips oder manchmal am netto oder wo es kaufler muss sie gibt diese fünf liter destilliertes wasser das wird ja nicht schlecht wenn das richtig lager ist wird das ja nie schlecht und ich habe immer ich habe im winter und im sommer habe ich so scheibenwisch konzentrat hat einfach den vorteil du brauchst du einfach 1 zu 100 und sind 250 milliliter drin das ganze ausrechnen wie viel liter das ergibt und ich habe dann immer so eine leere flasche von der volwik flasche habe ich da immer und nein das steht nicht mehr volwik drauf da steht ganz groß drauf scheibenreiniger und da hast du da anzeige dran 25 milliliter sind ein liter ein liter wasser und das gebe ich dann in das destillierte wasser rein worum destilliertes wasser weil ich einfach so wenig scheibenwischwasser braucht dass es irgendwann mal auch das stinken anfangen kann und deswegen nehme ich destilliertes wasser immer weil auch kalk und so eine rolle spielt im wasser ne und das hat eine super reinigung leistung im sommer und ja es gibt grenzen also du kannst jetzt nicht erwarten dass wenn deine scheibe hier 1000 kilometer autobahn geballert ist jeglicher rotz da drauf ist dass du damit die scheibe wieder blitzblank sauber kriegst das natürlich nicht aber ich habe vieles getestet ob sonax und wie sie alle heißen das zeug funktioniert wirklich super und du reichst ewig damit ewig so zusammen hier das speed shampoo ist auch wieder eben wenn du eine versiegelung drauf hast gerade von dr wagt die produkte die greift ähnlich an hat oben den messbecher eine so eine kappe das die runde kappe auf zehn liter wieder ist nicht ganz so ergiebig sind nur 500 milliliter aber es wirklich ein sehr gutes shampoo reinigt sehr gut riecht sehr gut kann ich empfehlen so und jetzt kommen wir zu dem lederreiniger das ist wässrige konsistenz machst es auf dem lappen auf mikrofaser lappen oder auf dem schwamm und du es damit schön das lenkrad einarbeiten alles schön die nähte alles richtig schön auch mal tupfen und so dass die poren die löcher in den perforierten lenkrad dass das schön sauber wird dann tust du das lässt das bis ablüften reinigst das noch mal nach und dann gibt es eben den passenden flair dazu das ist dann wieder milchicke konsistenz und das auch wieder auf mikrofaser tuch oder im schwamm zeige ich euch alles wie man das macht und das dann schön einmassieren schön und dann noch mal ein bisschen ablüften lassen nacharbeiten fertig reichst du auch ewig kannst du natürlich auch für die leder setzen ob das kunstleder vollleder das spielt gar keine rolle auch kunstleder muss gepflegt werden und lüftet nach ein zwei tagen so ab dass du es auch nicht mehr am anfang ist halt so wenn du das frisch auf trägst hat es immer so leicht einen leichten glanz effekt setzt sich so dass das auto glänzt wie specksparte aber du siehst schon die stelle wo du gereinigt hast das siehst du ja aber nach ein zwei tagen ablüften siehst du gar nichts mehr du siehst aber nur dass es schön sauer ist mein geheimtipp lederreiniger und pflege auch bitte nur beides zusammen kaufen sonst macht es keinen sinn so dann die das heißt speed wax da gab es am anfang mal die erste version war nicht so gut da gab es ein paar chargen die war nicht so besonders aber das ist echt krass vor allem kannst du damit auch alles machen was in kunststoff ist das wasser perl auch hervorragend ab hat eine sehr gute standzeit ich behaupte auch so sechs bis acht wochen schaffst du mit einmal auftragen ist halt ein detailer du wäschst das auto du trocknest es ab im idealfall trägst das auf und danach reicht nur noch waschen waschen trocknen waschen trocknen super glanz lässt sich sehr gut verarbeiten gute preis leistungsverhältnis kann ich empfehlen in verbindung mit dem shampoo top jetzt ist natürlich so auch viele schreien immer insekten entferner das ist so ziemlich der beste insekten ferner den ich kann weil der ist so ergelig artig du sprühst ihn auf der bleibt fast an der stelle wo du den hinsprühst viele laufen dann ab haben nicht genug zeit zum einwirken der läuft ganz langsam ab und löst wirklich alles aber es gibt auch möglichkeiten ohne reiniger kommen an den anderen video drauf ist ein sehr guter sehr lang ergebiger reiniger kann ich empfehlen und top aber wenn du auto gut pflegst dann brauchst du sowas nicht aber alles im nächsten wieder dann unsere autos nein aber unser lack neigt relativ schnell dass er flugfrost ansetzt du kannst natürlich jeden felgenreiniger dazu nehmen aber ich persönlich empfehle immer du kannst dich jeden felgenreiniger als flugrost entferner nehmen das war jetzt falsch weil in säurehaltigen flugfelgenreiniger nimmst dann hast du ein problem auf dem lack vergisst das was ich gesagt habe flugrost entferner wenn jemand da probleme hat einsprühen also auto waschen einsprühen also nie auf dem trockenen lack empfehle ich immer und einsprühen ablaufen lassen und dann noch mal richtig gründlich nachwaschen top produkt also wirklich das ist wieder kein tipp kann ich nur empfehlen das ist jetzt noch mal die alternative zum high end spray wachs das ist alles andere ist ein wachs und das ist jetzt wieder auf der chemischen seite zu hause lässt sich ein besser ein bisschen besser verarbeiten hat auch einen besseren abherleffekt aber meiner meinung nach hält es eben nicht ganz so gut nach jeder dritten wäsche musst du es eigentlich erneuern aber es hat auch einen sehr starken glanz effekt also das auto glänzt wahnsinn ja wie gesagt ist es gibt nicht die wollen mich legen der eiersau das gibt es nicht in der fahrzeugpflege ja aber das kann ich wirklich empfehlen und für euch matt fahrer für euch habe ich produkte keine sorge nicht verzagen kevin fragen und da gibt es auch ein paar dort zum innenraum da habe ich bis jetzt viel gutes gehört das ist der allen allen one glasreiniger oder innen und glasreiniger du kannst damit displays machen du kannst damit alles das ist so quasi wie der innenraumreiniger von zonax ist das das pardon dazu von dr wach nur dass du das eben auch für displays nehmen kannst und wie gut das für displays funktioniert das werden wir uns anschauen bei denen habe ich jetzt tatsächlich bestellt der kommt die tage und den schauen wir uns mal an aber von denen habe ich bis jetzt wirklich nur gutes gehört und 15 99 500 milliliter also das soll wirklich sehr gut sein aber das schauen wir uns gemeinsam an und dann gibt es dazu noch den und das ist auch wieder eine art geheimtipp von mir wenn du jetzt zum beispiel dein so wie jetzt mit den innenraumreiniger alles reinigst und danach diese kunststoff tiefen pflege aufträgst dann hast du auch wenn du manchmal an der tür von den füßen so kleine schrammen hast das kannst du damit so gut pflegen das lässt sich so gut verarbeiten das ist ein pumpfläschchen hast du so ein kleines schwämmchen dabei ich empfehle immer extra schwämmchen und dann kannst du das was vorher gereinigt wurde pflegen wenn du das auf eine dreckige stelle aufträgst bringt das dir gar nichts du musst die stelle vorher reinigen und dann pflegen aber wirklich sehr gut riecht sehr gut sehr natürlich ist matt und wirklich sehr guter innenraum der kunststoff pflege ja gerade im kofferraum da die kante die auf kunststoff ist die zerkratzen ja immer so schnell klar den kratzer kriegst du nicht weg aber du frisch das unheimlich wieder auf und dann gibt es noch ein felgenreiniger aber der ist schon sehr das ist schon ein sehr teurer felgenreiniger und wie gesagt bei mir ist der geheimtipp der von sonax und da ist es egal ob du jetzt ein shampoo von dr wac nimmst und felgenreiniger von da da kannst du nehmen was du willst deswegen es ist ein sehr guter felgenreiniger aber es ist jetzt auch nicht das 9 plus ultra also im preis also es ist sehr teuer im verhältnis ja so wir nähern uns dem ende ich zieh dran so jetzt passt auf jetzt machen wir weiter chemiker geist hatte ich ja meine ersten videos damals waren ja in zusammenarbeit mit chemiker geist und ich bin immer noch ein ganz großer fan von chemiker geist produkte die kommen aus amerika die sind einfach anders aufgebaut die funktionieren tadellos sind sehr sehr teuer ohne frage riechen gut funktionieren gut gutes ergebnis mehr brauche ich dazu nicht sagen gucken wir uns alles an das ist jetzt zum beispiel in quick detailer für außen du hast ein auto gewaschen durch sprich sind ein glanz verstärker ja und perfektes finish ein richtig gutes produkt ja jetzt kommt es da jetzt kommen wir dann schon die bereiche wenn du dein auto zum beispiel keramik versiegelt hast zum beispiel und du willst die standzeit verlängern das ist halt jetzt ein hybrid also auch wieder auf der chemischen seite angesetzt da steht ja alles drin ihr könnt euch mal anschauen damit tust du eine keramik was gutes und ich teste den jetzt gerade wie gut er auch ist ohne in der keramik wie gut er hält anscheinend sehr sehr gut ist auch sehr sehr teuer aber anscheinend sehr gute standzeit also ich verspreche mir das sehr viel eigentlich behauptet zweimal im jahr aufgesprüht im sommer das hält sehr gut ja aber den schauen wir uns auch an so und jetzt kommt mein geheimtipp beim beim shampoo da habe ja schon videos gemacht das chemische geist close works close works das glanz verstärken des autos shampoo der name ist hier programm das auto glänzt nur nach der wäsche als hättest du schon detailer drauf es sind jetzt keine wachse oder so drin dass du dann ab perleffekt hast aber wenn du das auch damit schon gewaschen hast und dann noch ein detailer drauf haust bombe bombe ja super schaum top mein geheimtipp wenn es um shampoo geht dann den innenraum reiniger das ist jetzt wieder ein reiniger interieur detailer matt das ist jetzt schon wieder mehr so ein kombi produkt du kannst es zum pflegen und zum reinigen nehmen funktioniert aber wirklich auch sehr gut also für den innenraum hatte ich den auch schon gehabt und kann ich wirklich empfehlen ist wirklich sehr gut dann haben sie aber auch dazu einen einen reinen in raum reiniger wie gesagt verschiedene produkte schauen wir uns mal an das ist jetzt wirklich wieder nur ein reiniger und den kannst du auch für displays nehmen wir hatten den ja mal eine video getestet ich muss dazu sagen der asc reiniger von koch chemie kommen wir noch dazu ist besser aber der ist meiner meinung nach multifunktionaler weil er wirklich besser reinigen tut kann ich empfehlen auch für displays auch für die matten displays wirklich sehr gut so und jetzt haben wir innen drin gemacht die haben auch felgenreiniger aber da kostet auch der felgenreiniger so eine kleine flasche 26 euro der ist super ohne frage aber brauchst du nicht ja wenn du sagst oh ich finde chemical geist ist super ich will alles von denen die haben alles einmal bürsten schandschuhe alles du kannst da alles kaufen ja geht auch mal direkt auf die seite von chemical geist also wie gesagt ich feiere die typen absolut und ich habe sehr sehr viele produkte von denen die wir uns auch anschauen werden und da kannst du eigentlich gar was oder kaufst da ist nichts dabei was schlecht ist ja aber wie gesagt manche produkte da habe ich von anderen einfach besseres preis leistungsverhältnis einfach punkt aus so und jetzt matt freunde aufgepasst so ein detailer für die mattenlacke ja kannst du auch für folierte autos übrigens nehmen das auch wieder aufsprühen auftrag abtragen fertig top effekt ja die farben werden noch mal intensiver richtig gut richtig gut es gibt viele verschiedene die täler für matte aber das ist meiner meinung nach mit der beste meine meinung und dazu gibt es natürlich auch das passende shampoo alt moment da hat sich der fehler teufel eingeschlichen so und das ist eben das shampoo dazu wieso weshalb warum mattlack und hin und her und warum die nicht das normale erkläre ich alles im zweiten teil aber wenn ihr nach den produkten sucht das sind sie es gibt wie gesagt verschiedene andere aber das sind meiner meinung nach die besten punkt brauche ich nicht mehr zu sagen so wir nähern uns dem ende auch eine sehr gute firma adbl kommt glaube ich aus polen aber das heißt ja nichts das ist das snowball auto shampoo super schaum super reinigungswirkung 10 90 für ein liter sehr gutes preis also die haben ein sehr gutes preis leistungsverhältnis funktioniert auch bei denen theoretisch kannst du alles nehmen aber ich finde die ihre produktpalette ist so groß die haben so viele verschiedene sachen das ist manchmal ein bisschen unübersichtlich wird aber der shampoo top dann haben die auch ein lederreiniger ja auch super auftragen wie gesagt hier funktioniert tadellos auch fürs lenkrad top kann ich nur empfehlen dann nach der wäsche eine sprühversiegelung das synthetik spray wachs lässt sich super verarbeiten ich würde sagen das ist mit eins der besten wachse außer das p40 von chemiker geist glaube das lässt sich noch besser verarbeiten hat aber nicht so eine lange stammzeit aber das ist auch im kanubra wachs von chemiker geist und das ist einfach synthetik das ist chemie ja das hält top wirklich ich behaupte auch zwei monate standzeit ohne probleme bei guter pflege so den kunststoffreiniger als auch wieder armaturen einstiegsbereich ja wie gesagt da kriegst du auch wieder alles richtig gut ja wir haben auch einen sehr guten scheibenreiniger muss ich sagen aber wie gesagt wenn ich jetzt jeder kost die flasche der koste der liter 11 euro da kriege ich kriege ich vier flaschen spiritus glas reiniger und der lüfte doch besser ab muss jeder sagen wissen ist ein guter reiniger ohne frage aber es ist halt am ende glas reiniger dann auch da wieder in den insekten entferner wie gesagt und pflegt das auto brauchst nicht aber der ist auch wirklich super gut hier steht zum beispiel bereits nachbestellt nicht lieferbar der kommt wieder ohne frage 500 milliliter gibt es auch in der liter flasche 15 80 der liter kannst nichts sagen gutes produkt wenn du jetzt zum beispiel bei den soft 99 fallen oder du sagst du willst mal dein auto richtig gründlich waschen und danach eine sehr gute pflege auftragen mal die ganzen rückstände runter holen das auto entfetten dass wenn du zum beispiel so ein hartwachs aufträgst wie von soft 99 oder wo wir auch später noch landen dann musst du das geht nicht anders dein auto den lack entfetten du sagst ja aber ist ja sauer ist kein fett mehr drauf das hat damit überhaupt nichts zu tun ja und das ist einfach isopropanol das ist quasi reiner alkohol den sprühst du auf trägst den ab und danach kommt eben dein wachs drauf oder deine versiegelung das brauchst du nicht machen wenn du ein detailer aufträgst aber alles das wo du lange standzeit erreichen willst das meine ich mit diesen guten pflegen die gute vorbereitung da brauchst du sowas kannst du verschiedene nehmen gibt verschiedene hersteller aber der ist wirklich sehr gut der auch gut ist ist der eraser von k pro der ist auch sehr gut oder von liquid elements das iso 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 egal findet man ja ist auch sehr gut genau ipa heißt habe ich euch auch mal ist dasselbe ja ist man merkt doch isopropanol gerade ein bisschen knapp aufgrund der ganzen corona geschichte wenn man das ganze isopropanol gebrauchten des infektionsmittel ja aber das kriegst du das ist überhaupt kein problem zu bestellen das kommt wieder nach ja das ist eben zum lack entfetten nun mal so am rande und da hast du eigentlich die produkte von adbl hast du auch wieder alles wie gesagt die haben auch ein super felgenrein die haben auch ein super flugrost entferner aber andere produkte sind habe ich ein besseres preis leistungsverhältnis die ich euch empfohlen habe aber wie gesagt wenn du sagst adbl finde ich cool die haben auch ganze sets da kannst du ganze sets für weiß ich nicht 120 euro kaufen das alles dabei der macht so kleine probeflächen zum testen top ja adbl wirklich top zum entfetten gibt es auch was zum beispiel von koch chemie car protein eraser ja also daran soll es jetzt nicht scheitern so jetzt waschernschuh das ist so ein bisschen das muss jeder sauer wissen ich mag diese flauschigen diese mit diesen würsten daran er weil die einfach sehr gut den dreck auch aufnehmen und nicht gleich wieder abgeben ja lasst sich gut auswaschen ist jetzt gerade vergriffen den gibt es auch von chemical guys den gibt es auch von sonax und wie sie alle heißen aber das ist mit einer der günstigsten und hält bombe und ich würde eh kommt darauf an wie oft du wäschst aber vielleicht maximal nach zwei jahren würde ich so ein handschuh weg tun und neun holen ja ich bin ja eher der typ der holt sich einmal im jahr neun aber wie gesagt für sieben euro hält er auch was auch sehr gut ist wahrscheinlich schon ist der der surface premium waschern schuh der ist wirklich sehr gut aber das hat so ein floriger ja damit macht halt auch wieder einen bombten schaum und kommst auch besser in die ecken und so rein ist ein sehr guter waschern schuh aber kostet doppelt so viel dass wenn du sagst ja ich fange jetzt gerade erst an oder so viel zeug ist der von liquid elements natürlich wie gesagt jetzt haben wir einen von chemical guys kostet 13 euro den habe ich zum beispiel in schwarz ist ein super handschuh top vor allem hat er in der mitte das innen wie so ein innenhandschuh und der ist in der mitte geteilt da hast du ein bisschen besseren griff wie wenn da drin einfach nichts ist also im handschuh ist in der mitte einmal geteilt das wie so ein handschuh den du über ziehst liegt ein bisschen besser in der hand finde ich ist ein super handschuh ja aber wie gesagt der andere verliquen elements tut es auch dann wascheimer mit sieb warum mit sieb hatte ich schon erklärt zeige ich euch eh noch mal vieles gerade vergriffen sich da gibt es auch von mc quiers und chemical guys und so nix die haben wie gesagt egal ich kann nicht alles vorstellen da ist einfach unten so ein sieb drin das war der deckel und wenn du den es sind fehlen ja viele zwar einmal methoden ich sage wenn du anfängst reicht doch mal ein eimer ja du machst da dein shampoo rein wasser rein das sieb rein und dann wäschst du da drin immer schön den handschuh aus und der ganze sand und dreck fällt nach unten setzt sich ab und kann durch das sieb eigentlich nicht wieder aufgenommen werden und wenn du den einmal dann aus lehrt siehst du eigentlich mal was dafür dreck drin ist erst echt der wahnsinn wie gesagt aber wascheimer mit der gibt es so viele felgenbürste auch ein geheimtipp die ist einfach es kommt natürlich auf eure felgen an aber die ist halt breit und schmal du kannst sie quasi in beide richtungen nehmen und du kommst da halt auch schön mal ins felgenbett rein in die schmalen speichen hält ewig ja kannst du auch ab machen kannst das ding waschen top ja 17 euro aber hält locker zwei jahre ohne probleme ja und dann gibt es noch eine halt die ist schon sehr teuer aber noch ein bisschen besser aber wie gesagt preis leistungstechnisch ist die surface ist da besser so trockentuch jetzt ist es wieder so jetzt werden wieder viele sagen ja aber das hatte nur 840 gsm ja aber es reicht weil das problem ist umso mehr gsm das ist quasi wie viel wasser das hat das tuch aufnehmen kann kriegst du das teilweise gar nicht mehr gerungen die sind dann so starr wenn du das ausringen und du musst teilweise wenn das auto nicht gepflegt ist dann hast du sehr viel wasser auf dem auto dann kriegst du das fast nicht mehr ausgerungen und wenn du das ausringst kannst du das wieder nehmen die anderen die sind dann so gesättigt mit wasser schwierig es gibt ja wirklich sehr sehr wenige wo da gut funktionieren aber das eins meiner besten trockentücher adbl wieder es gibt es natürlich auch von anderen ja alternative dazu ist das das hat jetzt 1600 gsm aber das kriegst du fast nicht ausgerungen ja meine erfahrung manche basteln sich da was wie so eine halterung wo die das dann rein und dann drehen die das geht alles aber da bin ich doch mit den anderen besser bedient und vor allem das andere kannst du dann auch mal nehmen du zum beispiel dass zum beispiel mit den sonax oder so und du sagst das auto hat jetzt nur perlen drauf wasserperlen dann sprichst du das mit dem detail ein und tust das versiegeln und abtrocknen in einem tuch dafür ist halt das adbl einfach besser wie gesagt ich brauchte jetzt nicht so groß was auch sehr gut ist gerade für scheiben ich empfehle es euch ich weiß manche in den zeitung oder zehnmal wolle aber diese carbon tücher da vergisst das mit den carbon ich weiß nicht was der carbon drin sein soll aber ja aber die sind wirklich für klar sind die bombe punkt alles was mit glas spiegel displays die tücher nichts anderes kleiner geheimtipp die cargo die pflege produkte haben mich nicht überzeugt aber die tücher sind da habe ich gerade 1 die tücher ist jetzt sich 1 für die kennt auch für die fenster nehmen die haben auch solche carbon tücher für die fenster sehr gut kommt alles im nächsten video aber die cargo alles was mit schwemme tücher felgenbörsen schwemme zu tun hat li cargo gibt es unter anderem bei amazon da machst du auch nichts falsch die produkte die pflegeprodukte haben mich nicht so überzeugt die sind nicht schlecht aber die haben nicht überzeugt ja so ok wie gesagt dann gibt es hier noch mikro fasertuch gerade jetzt zum auftragen von politoren zum abnehmen von politoren zum auftragen persönlich empfehle ich ja immer meistens schwemme und zum abtragen reicht das völlig 420 gsm ohne rand ja das sind drei pack für 10 45 machst du nichts verkehrt das ist dann so ein innenraum tuch das wäre jetzt quasi das pardon dazu ja das ist jetzt schon die 10er pack 20 euro und ja du brauchst teilweise wirklich sehr viele tücher es sind auch sehr gute tücher kannst du nichts verkehrt machen und das sind jetzt eben die schwemme die gibt es auch bei amazon die gibt es in rund in eckig einfach mal schauen das sind diese diese auftrag schwemme gibt es in rund in eckig wie gesagt und wenn du da eben deine versiegelung drauf machst oder dein lederreiniger oder deine lederpflege denn kunststoff in reiniger du kannst ein viel besser ausarbeiten ja und wie gesagt vier stück für 9 euro die gibt es auch bei amazon teilweise im 10er pack da ist es egal was du kaufst das ist alles kann macht ja nicht viel verkehrt ja ich würde nur nicht die allergünstigsten kaufen so und jetzt kommen wir noch zur ganz speziellen thema oder marke das ist die marke koch chemie das ist auch so eine wunderwaffe werden halt auch viel von aufbereitern genutzt ja auch die haben andere produkte ohne frage aber auf so geschichten wie green star und so gehe ich hier gar nicht ein weil das ist das ist kein spaß das zeug her aber zum beispiel der multi interieur cleaner das ist quasi der reiniger der innenraum reiniger von koch chemie meine geheimwaffe nutze ich immer dazu den pfleger top produkt koch chemie kannst du eigentlich auch alles kaufen funktioniert alles ohne probleme aber wir schauen uns das jetzt hier mal das ist der refresh cockpit care das ist danach eben nach der vereinigung die pflege auch super hat so leicht kirsch geruch aber richtig gut sieht richtig bombe aus aber wie man gerade sieht vergriffen aber wirklich kann ich nur empfehlen dann hat man ja schon den asc das ist der das ist das multi talent wenn es um displays geht ob mit scheibe oder tft ohne das kombi instrument für den fernseher für deinen computer monitor für alles was ein bildschirm hat asc das ist man muss dazu sagen es ist eigentlich kein reiniger hat eine sehr schlechte reinigungswirkung also kannst damit jetzt kein schmutz lösen also ist ein display sollte maximal nur staubig sein wenn da mal ein bisschen von niesen oder so ein bisschen spucker oder so drauf ist das kriegt der alles weg aber wenn du damit ein total versüften innenraum kriegst du damit nicht sauber dafür ist auch nicht gemacht aber du kriegst der tut rückstandslos ablüften du hast einfach keine schlieren nichts also ja nehmen definitiv ohne frage gibt keine alternative gibt es nicht der speed glasreiniger auch sehr gut kostet zwölf euro frosch hat man ja gehabt zwei euro die flasche die lederpflege ist auch wieder so ein kombi produkt reiniger und pflege super produkt kannst du nicht fürs lenkrad nehmen weil es wird glatt brauchst du also theoretisch mehr zwei produkte deswegen ist bei mir dr wack einfach da das 9 plus ultra wenn es ums thema leder geht dann haben die politor die haben in reifen felgenreiniger 28 euro 750 milli der ist super aber einfach preis leistung verhältnis stimmt da nicht ja das protector wax ist auch ganz lustig wie gesagt gehen wir mal später drauf ein dann den insekten entferner er ist gut aber die anderen sind besser ja aber wie gesagt wenn du das kaufst du sagst okay koch chemie sagt mir zu kriege ich zum beispiel bei meiner waschanlage nimm es ohne frage nimm es du machst nichts verkehrt ja das fresh up das ist ein groß das ist wirklich ein geruchs vernichter nicht ein übertüncher oder irgendwas sondern ein vernichter bombe top habe ich selber eulex alles was mit kleberester zu tun hat zu empfehlen man kann damit auch wasserflecken entfernen aber sehr speziell kein spielzeug extra thema kleidspray für die knete kommt alles im nächsten video ja die haben so viele produkte ob für ihn für der aus das habe ich gerade vergessen die haben auch ein sehr gutes shampoo da das nano magic shampoos hat eine leichte versiegelnde eine abperlende funktion das riecht gut reicht ewig 20 euro schon auf der teureren seite aber funktioniert auch wirklich sehr sehr gut und dazu haben die halt auch ein quasi eine spielversiegelung dass der allround quick shine die teller gibt es nichts ist gut aber andere können besser hält einfach nicht ganz so lang und jetzt zeige ich mal noch einen guten reifen pflege der ist sehr gut aber die glänzen eben nicht wie specksparte sondern die sind dann einfach wieder aus wie neu wie sauber einfach weißen matt effekt hat wo ist es jetzt das tire dressing von adbl ist sehr gut und von capro gummi und reifenpfleger der ist auch sehr gut und mein geheimnis ist von mc wires das ist auch verdammt gut ja 24 april das letzte mal gekauft das nehme ich immer noch in der flasche ist noch so viel drin wirklich sehr gut da hat man muss immer dazu sagen wenn du einen schmutzigen so ein reifen wird der mit der zeit schmutzig wenn du da immer nur pfleger draufhörst dann wird er nie so lange halten du musst halt den reifen auch mal richtig reinigen das heißt nicht einfach mit den lappen da mal drüber mit dem schwamm sondern du musst es wirklich mit der bürste den reifen schrubben ich mache das so im winter und im sommer wenn ich die räder sauber macht nach dem wechseln werden die richtig geschrubbt die dinger sehen dann eigentlich wieder aus wie neu einfach sauber und dann mache ich dann wenn ich die reifen drauf macht wieder so ein pfleger drauf super hat so einen richtigen nass effekt und hält bombe ja das ist schon das schön sehr gut warum die das jetzt beim beim ding nicht haben ich glaube die haben keinen mc was 20 90 ja ist sehr gut genau so jetzt habt ihr mal gesehen ich weiß sehr lange ich mache auch die kurzfassung dass ihr rein klicken könnt welche produkte welche fahrmarke und so es gibt noch unzählige viel mehr fx und liquid elements und dralala wie gesagt das sind meine empfehlungen ja die produkte funktionieren da gebe ich brief und siegel drauf bei richtiger anwendung wie man die anwendet seht am zweiten teil viel zu lange gequatscht aber wie gesagt alles was in der chemische versiegelung ist ob das das synthetik spray waxes ob das das von sonax das polymer net shield ist von soft 99 kannst du eigentlich alles nehmen von dr wac das high end spray wax die lack versiegelung von chemical guys das hybrid v07 das eine eignet sich super für diese sensoren zum versiegeln und man muss immer dazu sagen ich sage es jedes mal ein gepflegtes versiegeltes auto macht weniger arbeit die insekten kleben nicht so der schmutz läuft ab beim regnen allein wenn es außen regnet dein auto wird wieder sauer es ist einfach so bei richtiger pflege und anwendung kein problem und ich tue jetzt hier nicht jede woche dreimal mein auto war schon überhaupt nicht im gegensatz habe gar keine zeit mehr richtig und meine autos sehen immer sauber aus also das war teil 1 teil 2 wird kurzweiliger ich verspreche aber irgendwo musste am anfang ich kann ja nicht nur fünf produkte vorstellen und der eine sagt ja aber ich nehme immer das oder ich habe gehört das und das das ist eben meine empfehlung also in diesem sinne ich sage danke bald kommt teil 2 ich warte noch auf das paket von waschgurus sind ein paar neue produkte drin nicht vergessen die blenden es noch mal ein wahrscheinlich guckt gar keiner mehr zu 10 prozent bei waschgurus mit dem code formen tor 10 klein geschrieben groß geschrieben scheißegal aber ohne leerzeichen also dankeschön und bis zum nächsten mal macht's gut tschau